Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Sapauli, zweite Bundesliga 2022, 2023, 11. Spieltag, Eintracht Braunschweig gegen Sapauli, Ergebnis 2 zu 1. Startelf von Eintracht Braunschweig, Patrick, Medina, Rendt, Bankavik, Max, Nikolaou, Dökoach, Kaufmann, Krause, Laubrachbach, Uta, Startelf von Sapauli, Fazit Salakas, Neintia, Etik, La, Ritzka, Samita, Achemu, Lefini, Hartel, Amendio, Matanovic, Das war's von Eintracht Braunschweig gegen Sapauli, 1.23 Uhr.